Ja, dann direkt noch mal rein, oder? Direkt noch mal ins Dino-Level! Zack! Und jetzt müssen wir machen, Climb the Volcano. Oh, schön auf dem Vulkan glättert. Ey, was ist das? Hey, da war gerade ein Rezept da unten. Ach, da müssen wir bestimmt auch was machen, damit wir das aufmachen können. Ja, auf geht's! Prähistorischer Gags! Mein Schwarz ist prähistorisch. Ja, Gags, bitte redet jetzt so viel. Was erzählt er denn für eine Lebensgeschichte auf einmal? Während er redet, kann ich mich nämlich nicht bewegen. Ich würde echt gehen, auch in den Club. Hey, kann die Fliege eigentlich mit uns mitfliegen? Ist das so ein... Kann ich die mitnehmen? Und dann immer essen, wenn ich's brauch? Hey, das müssen wir mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Oh Mann, ist das so was wie eine Crash-Maske vielleicht auch? Hey, das müssen wir alles mal ein bisschen testen auch. Vielleicht kann man die... Oh! Oh nein, ich bin verklemmt. Hallo, Liebe. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Hi. So eine Scheiße, Mann. Hm. Gecko und Call wäre echt gut und so brauchen wir deine Hilfe. Echt? Hm, Hilfe. Okay. Echt, oder? Okay. Oh Mann, was ist denn hier wieder los? Bei was denn? Egal eigentlich, ich helfe dir bei allem. Okay, ähm... Okay, ähm... Mich fuchst es echt, dass jetzt die ganze Overlay-Kacke nicht mehr funktioniert, gell? Wahnsinns-Geschichte. Alles kaputt, Alter. Nicht mal mehr der Chat wird angezeigt. Ich trauere um alles. Es ist so traurig. Was, wenigstens den Chat hätte ich halt gerne. So eine Scheiße. Vielleicht ist auch einfach Stream-Elements am Arsch oder so. Na gut. Es tut mir so leid. Es ist so traurig, ey. Wirklich, boah. So, warte. Ich nehm jetzt auch mal mit einfach, oder? Die fliegt hier so rum. Ne, die kommt ja doch nicht mit. Es sah vorhin kurz so aus, als würde die so mitkommen. Aber es tut sie, glaube ich, gar nicht. Doch, jetzt hat sie... Hops gemacht. Doch, guck, jetzt hab ich sie dabei. Doch, guck mal. Ach, das ist ja super interessant. Die kommt ja wirklich mit. Jo, das wussten wir ja noch nie. Oh, wie praktisch ist denn das? Oh, Mann. Hätte uns hier und da vielleicht geholfen? Das ist ja faszinierend. Faszinierend. Und die Coilies nochmal? Coilie. Hey, bei 30? Oder wann krieg ich ein Leben? Problem bei dem, den du mir helfen kannst. Okay, Lucky. Da weiß ich voll Bescheid. Aua. Au. Au. Scheiße. Yo. Tatsächlich. Das ist wie ne Crashmaske auch. Jetzt ist die Fliege verschwunden. Ich hab aber kein Pötchen verloren. Das ist wie ne Crashmaske. Das ist wie Akku-Akku. Ach, krasse Geschichte. Das ist ja cool. Ah. Coil auf der Blume hast du vergessen. Dit wie essig. Dit ist schon okay. Bin hier... Also... Ja, das ist okay. Bin hier jetzt nicht darauf auskramen. Nur so ein bisschen Leben sammeln so. Haben wir exakt so. Wir machen das sowieso hauptsächlich. Scheiße. Wir bauen hauptsächlich einfach auch scheiße. Ne, äh, die roten Fernbedienungen, ne? Hey, was will er? Hier können wir noch ein bisschen was. Ja, okay, cool. Mit meinem Kollegen bis später, äh, was bin unterwegs und so. Okay, Lucky, viel Spaß, viel Spaß. Wir hören uns. Bis bald. Fühl dich voll geflauscht und so. Und Lucky, ich hasse dich voll und so. Aha, Zunge. Oh, aha. Geil. Aber hier geht's ja nur zum anderen Weg. Oh Gott. Oh, oh. Leute, jetzt mal, ja, ohne Scheiße. Ich hab nur noch ein Pfötchen. Oh, das ist nicht gut. Kann ich hier hoch? Oh Gott, du musst echt aus der Luft verschwinden. Oh, die Musik. Das Level ist voll cool, oder was sagt ihr? Hey, da sind Dino-Pfötchen auf dem Boden. Riesige Stapsis. Oh, das gefällt mir voll. Ist das wahrscheinlich wieder so ein Vulcano-Bano? Um Himmels Willen, wie soll ich das machen? Aha, verstehe. Oh Gott, was bist du? Ich kann dich doch nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kam aber was, ne? Das hat mich aber richtig mit seinem Horn aufgespießt, du. Da war aber hier ein Tricera-Tops, du. Oh je. Oh je. Komm schon. Drachen-Nibelle. Bam, 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 bam. Hier sind gar keine mehr. Hab ich die doch gar nicht hier verpasst, Wolf, oder? Scheinbar sind die hier nicht mehr. Das Level ist super, oder? Das ist wirklich so. Das ist echt so cool gemacht. Oh, da ist noch einer. Ups. Nein, jetzt bleib hier, bitte. Ich brauch dich sehr, sehr. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Ein Liebesgeständnis an den Stein. Komm her. Ja. Wow. Geil. Hoppala. Komm. Hopp. Ach so. Jetzt geht das wieder los. Next thing star. Echt so? Was, hab ich sie geschluckt? Ich wollte sie, ich bin vor lauter schlucken. Was? Was? Weil ich sie halt immer schluck und so. Immer. Das ist schon intuitiv drin, dass ich... Das wird nicht besser. Lassen wir das. Ich muss den Vulkan empor klettern, ja? Sing star. Muss ich immer nur dran denken, oder? Als ich die PS2 oder so geholt hab, war das zusammen in einem Pack mit Sing star. Und die zwei Mikrofone. Guck mal, Dino, voll süß. Und, äh, da hab ich, äh, ein türkisches Sing star dazu bekommen. Geil. Ich wollt schon immer türkische Sing star spielen. Super geil. Hab ich jetzt aber nicht mehr. Die Mikrofone hab ich noch. Der türkische Sing star, ey. Das ist so lustig. Hopp. Ich muss mir den Beat auf YouTube raussuchen. Der ist ja mega von dem Level. Let's go. Ich glaube nicht, ja. Jetzt hör doch mal auf. Was? Wie komm ich jetzt da rauf? So. Schluss. Ich habe ihn voll mit dem Schwanz getackelt. Hat das gereicht? Schluss jetzt. Nein. Aua. Ii. Komm, ich peitsche dich echt kaputt jetzt mit meinem Schwanz. Wirklich. Kann das sein, dass man den nicht besiegen kann? Ha. Oh. Ich habe echt ein bisschen Angst vor dem. Der hat vor allem Blut an seinem Horn. Wie crazy. Dinos, Dinos. Die Dinos. Nicht die Mama. Jetzt habe ich wieder ein Pfötchen. Perfekt. Ah, ich sehe nichts. Ah, hoha. Ah, hoha. Hey, wieso habe ich Schaden genommen? Hey, Triceratops. Was? Ja, geil, Alter. Nicht der Gekko. Echt so. Scheiße. Ach, das kann man ja kaputt machen. Sag das doch. Ich will in den Club. Scheiße. Oder so. Und jetzt das von Dark einsetzen. Du bist Fan von dem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ah ja, I see. Ja, Blubbchen. Kannst kaum erwarten, dass es da ist. Ich merke das. Ich merke das schon. Triceratops, wirklich. Ich bin dein größter Fan. Bitte. Bitte spieß mich mit deinen Hörnern auf. Ich liebe es. Oh mein Gott. Eine Minute. Ich glaube, da reicht aber auch echt immer so eine Minute einfach. Aber du kommst da nicht rein. Ja, aber warum? Ich bin ein Gekko. Ich habe einen Schwanz. Ich komme überall rein einfach. Super unnötig jetzt zu... getroffen zu werden. Kann ich nicht noch irgendwo anders hochklettern? Ich muss an den Triceratops echt vorbei. Echt. Bäm. Was? Ich habe den doch geschwanz-tacklet. Bitte. Nee. Okay. Weg. Wieso läuft der? Wieso läuft Gags wieder? Warum macht Gags wieder so ein Side-Werts... Oh geil. Ich bin voll lustig. Step und so. Oh nein. Mach schon mal ein bisschen Probelauf. Wie sich das anfühlen würde. Ja, ich merke schon. Ja. Ja, ich merke schon. Das wäre schon witzig, gell? Ja, ja. Weil der Witz ist ja, wie gesagt, ich würde das ja auch so randomisen. Also es kann sein, dass ich Fan sein muss. Kann aber auch sein, dass ich einfach nur stehen bleiben muss. Und ja, randomisen einfach. Ich glaube, dies ist nämlich eine witzigere Idee. Und dann können wir auch mehr Ideen nämlich nehmen. Was ist mit Mäuse? Was ist mit Mäuse? Was? Was für eine Maus? Was ist, wenn ich jetzt hier noch eine Fliege nehme? Ach, dann wird die automatisch gegessen. Ich verstehe. Dann wird die automatisch gesnäckelweckelnd. Warum habe ich jetzt Schaden genommen auch eigentlich? Nein! Warum habe ich wieder... Äh... Wo geht es eigentlich hier so hin? Ach, zur Feuerfliege, gell? Oh, scheiße. Okay. Spring! Oh! Hopp. Äh! Mäh! Random Mäuse. Echt so? Ah, ich bekomme da auch keinen Schaden, wa? Hab ein Schutzgewand an quasi, oder? Komm schon! Kann der sterben? Solange ich brenne? So, kannst du verrecken auch? Oder dich nur im Kreis drehen? Bist du so ein Bowser, oder? Ey, den kann man, glaube ich, wirklich nicht töten. Das ist ja der Wahnsinn. Boah, das ist ja richtig hässlich. Lel! Bitte! Ladybar! Ich bekomme wieder nichts gebacken. Backstein! Näh, näh! Sag mal, wie lange habe ich Feuer am Schlüssel gerade? Oh, Keks! Unser Feuer ist weg. Oh, Dinos! Dinos, Dinos. Dinos, Dinos. Dinos. Dinos, Dinos. Äh, okay, da war gar kein Klebi mehr, aber passt schon. Ja, perfekt. Und jetzt einfach nur... Egal, scheiß drauf, weiter. Boah! Boah! Muss ich da rüber? Wieso dreht sich die Kamera jetzt 5000 Grad? Achso, dann suchst du dir das praktisch aus und ich, wie er... Nee, eben nicht. Wie beim Jumpscare, es kommt einfach zufällig. Da habe ich mir sowieso eher Gedanken, dass der ganze Prozess zu langsam ist und die Situation bereits rum ums Eck ist. Nee, ist ja nicht möglich. Wenn du sagst, nee, das sind doch Dinge, die gehen doch immer. Wenn du sagst, ja, äh... Ja, nur vielleicht, wenn du einen spezifischen Gegner raussuchen willst, dass ich den jetzt... Ja. Aber ich denke, das ist sehr oft sehr gut möglich. Und wenn, dann ist es halt beim nächsten NPC oder so, den ich verfolgen muss zum Beispiel. Und sonst in Todstürzen und Levelnahr beginnen, das geht ja immer und so. Oder andere Geschichten wie, äh, äh... Bandage, also so blind und so, das geht ja eigentlich alles. Nee, ich würde es, wie gesagt, wie beim Jumpscare machen, dass eins von fünf oder so, was weiß ich, Alter, drei zufälligen Dingen passiert. Und das machen wir dann. Was brauchen wir hier? Weizen und Feuer gleich Zucker. Was? Nee, Popcorn. Ist gleich Popcorn. Ja, so ist es. Ich habe wieder nur noch eine Pfote und die Kamera ist wie der Arsch. Arsch im Gesicht. Ich muss mich jetzt nicht konzentrieren, echt. Ich kann es kaputt machen, das weiß ich ganz genau. Wo denn? Komm schon. Ja. Jetzt mach halt hin, ne. Ich kann ja nicht jede Idee nehmen. Wir haben ja nur drei Slots und so. Da geht ja nicht alles irgendwie. Weißt du, was ich meine? Oh, nicht schon wieder ein Blubber. Ein Blubber-Träger-Tops. Ja. Silberle. Cool. Warte, lass mich kurz das Level beenden, Blubber. Wirklich. Das ist hier alles, äh, kurz vor kritisches Knappheiten. Ich muss jetzt nur noch hoch, wenn die Kamera mitmacht. Vorsichtig. Vorsicht. Laufen. Laufen, saufen. Laufen und saufen. Das ist mir egal. Hopp. Nimm es. Oh. Oh. Alles klar. Geiles Level, aber. Oh, geschafft. So. Perfect. Controller-Packos. Meckos. Oh. Gut. Okay. Oh mein Gott. Sound. Hier. Victory. Yes. Hey, wir haben wenigstens den Sound. So eine Scheiße, echt. Na gut. Klar. Oh. Geschafft. Oh. Leute. Aber echt cooles Level. Also muss man schon sagen. Ja, das war super. Und das hat mal Spaß gemacht. Das hat mal Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.